Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Rainbow Six Siege Open Beta. Der Chris ist auch wieder bei. Hallo Chris. Ja, wir zocken jetzt mal die nächste Runde. Wir haben Glück. So, erstmal, weil ist dieselbe Map wie eben. Also kennt sich Chris jetzt ein bisschen aus. Der hat ja letztes Mal die erste Runde gespielt. Und das ist wirklich schwer. Hier gibt es viel zu beachten. Und da muss man erstmal reinkommen. Also, ich bin in der Hütte, wo wir eben drin waren. Und da ist überhaupt nichts oben. Okay, ich fahre gerade schon weiter nach hinten. Ja, hier ist total leer. Hier ist Ende im Gelände. Ich fahre nach oben, guck, ob sie da sind. Aber hier ist oben gar nichts. Nee, nee, das ist nur eine Zukunft zum Dach. Gut zu wissen, muss man sich merken. Okay, ich fahre hoch. Ich fahre runter. Nee, hier ist nichts. Das Gebäude ist komplett leer. Okay, hier ist aber auch nichts. Das muss im zweiten Gebäude sein. Also ich bin... Erste Gebäude war gar nichts. Ich war hinten, ganz hinten jetzt geradeaus. Ganz hinten durch, ja. Da war ich oben, da war auch nichts. Ja, aber ich war hier in jedem Stock. Ich weiß gar nicht, wo wir lang rennen. Okay, Chris rennt vor. Der sich nicht auskennt. Griff bin spottet. Wo ist die fuckige Kamera? Da, hinten. Was ist das? Filmt da oben, oder? Um die Ecke. Nee. Ich sehe die scheiß Kamera nicht. Wenn ich wüsste, wo die ist, würde ich sie wegballern. Ah. Da lang. Über die Brücke. Ist doch scheiße. Okay, gehen über die Brücke. Ihr piept was? Wenn was piept, was dann? Weiß ich nicht, was sein soll. Naja, ich bin gespottet. Jetzt zeigt es mir andauernd an. Gespottet? Ich finde die gar nicht, ey. Gibt's da nicht. Na oben. Oben liegt Stacheldraht. Wow. Umgucken hier. Ich sehe den Raum. Komm, komm zu uns durch. Ich habe gedacht, man kriegt vielleicht einen anderen Weg nach oben, aber es ist nur die eine Trette, oder was? Boah, die haben mich durchs Schild erschossen. Wie kann das denn sein? Ja, ist leider ziemlich doof gelaufen für mich. Pass auf, die hocken alle in den Augen drin, links. Links neben dir in den Raum. Oh, hinter mir. Bist du tot? Hinter mir. Hinter dir? Ja. War ein aufhörig, okay. Ja. Das war aber eine gemeine Runde. Aber da gibt's dann... Einer von unseren Leuten hat... Ja? Da gibt's dann nur eine Treppe, wo man hochkommt, oder was? Mit Sicherheit nicht. Du kannst ja von außen auch durch die Fenster rein und sonst irgendwas mit den Haken an der Wand. Das ist halt jetzt nur relativ schwer. Ja, die Map ist ziemlich neu. Die Map ist ziemlich neu. Ja. Und, ähm... Äh, dann haben sie wenigstens nicht lokalisiert, was wir gemacht haben. Hier, Wände zugeschraubt und so weiter. Na. Na, was mache ich denn immer? Mensch, ich Ochse. Ja. 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 Was ist los? Stell hin. Okay. Wird aber hier... Ah, jetzt kriegt der da auch... Ach ne, der okay. Zack. Da kam grad... Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Hab ihn doch grad so abgeknallt. Noch einer. Fuck, ich glaub, die haben uns. Okay, okay, okay. Oh Mann, und keiner hat geguckt. Ich guck noch schnell. Oh Mann, und keiner hat geguckt. Hier ist keiner zu sehen. Ich glaub hier im 3. Flur. Oh. Treppenflur voll. Ich hab hier schon bösen abgekriegt. Relax, Freund. Ich will dir helfen. Shit. Die kommen schon reingeladen mit dem Schild. Wo hat der mich denn getroffen? Verdammt. Ach, der hängt... Hab ich nicht gesehen. Gibt's denn das? Wo denn? Äh, zum Fenster raus. Äh, wo bist du? Was bist du? Äh... Falsche Richtung. Da rechts. Rechts. Ne? Verdammt, ich kann mich nicht so orientieren. Hab ihn. Hast du ihn? Sehr gut. Boah. Ne, hab ich nicht. Der andere noch. Soft Helmet irgendwo. Nein. Hast du eine Granate? Ne. Shit. Geht. Oh, oh. Ich kann dir nix machen. Ich kann nur zugucken. Also wie ich da anhört sind die schon hinter euch. Ja. Hemmes von von A. Links, links, links. Um die Ecke. Hebt den Mann auf. Geht. Mit F. Ah, siehst du? Ah. Links um die Ecke sitzen sie. Hab ich ihn aufgehoben? Ne. Oh, 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 oh. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Na ja. Da kamen zu viele. Und der andere ist doch grad hinten rumgegangen. Hast du gehört. Oh, jetzt kriegen wir übelst haue. Pfui. Da. Kann er nur besser werden. So, jetzt gib mir mal die Ash, bitte. Danke. So. Überleg, ob ich immer auf Schrot wechsle. Auf Schrot? Obwohl, ne. Das ist böse, da darfst du mich nicht auszusehen treffen. Hahaha. Hahaha. Dann zählt das nicht mehr, war nur ein Schuss. Hahaha. 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 Okay. Schauen wir mal. Und ab geht er. Ab geht die Post. Wohin geht's denn? Ich fahre die Treppe hoch. Okay. Ja, hier sind sie. Im ersten Haus. Ich höre sie schon rennen. Jawohl. Ich hab die Bombe. Ich hab eine Bombe. Ich hab eine Bombe, viel mehr. Hepp. Boah, ich hieß doch euch. Hahaha. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Ich kenn die Map überhaupt nicht. Sehr gut. Wir haben aber beide Bomben entdeckt. 5 Sekunden. Wird ja fast sagen durchs Fenster. Äh, durch da oben, durch die Tür hier oben. Durch die Tür? Nein, 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 nein. Wir gehen hier über das Dach rein. Genau. Wie ihr alle durchs Dach geht. Ja, dann lenke ich die hier ab. Alter. Hast du sie abgelenkt? Ja. Ich muss kein... Boah, der ballert hier. Nein. Warum schmeißt du eine Blindgranate vor meine Füße, hä? Ja. Ach, komm, ey. Scheiße. Wo ist die scheiß Kamera? Was ist das denn für eine Knau, ey? So, auf wen bin ich jetzt? Ne. Du lebst noch, denke ich. Ja. Ja. Wirst du mit dem... Wirst du mit dem Ding rum? Ja. Guck mal. Hier ist freie Bahn für Marzipan. Pass auf. Hepp. Also. Alles klar. Wolland ging das? Hier lang. Hier ist keiner. Okay. Ducken. Ich habe nämlich die... Beschärfungsdinge. Die... Geht. Hehehe. So, meine Freunde. Gibst du nicht. Ah. Den habe ich nicht gesehen. Hast du den gesehen? Ich habe den nicht gesehen, verdammt. Der hat durch die Wand geschossen. Ist mir gerade schon aufgefallen, dass die einfach durch die Wand ballern. Beschützt das scheiß Ding. Auf... Auf gut Glück ballern die durch die Wand. Nein. Ja, ja. Nee, nee. Auf gut Glück. Kann sein. Wenn ihr das Ding jetzt nicht finden, dann haben wir noch gewonnen. Na ja, aber da... Da stand jetzt nicht versteckt. Shit. Shit. Verdammt. Du musst mitkommen. Ich gär mich so ein bisschen aus. Hehehe. Hehehe. Schade. 3-0. Noch alles drin. Wie? 3-0. Ist vorbei. Ende. Hehehe. Ja, deswegen ja. Toll. Das nützt mir viel. Einen Kill hab ich gemacht. Yippie. Das war nicht so gut. Oh, hat kaum XP Punkte. Ja. Was machen wir? Hängen wir noch einen dran? Ja, wir hängen noch einen dran. Wir hängen noch einen dran. Okay. Dann hoffen wir mal. Können nur das Beste hoffen. Schlechter werden kannst nicht. Hier haben wir 3-0. 1-0. So, und hier ist das berühmte Matchmaking System. Soweit läuft noch alles ganz gut. Jetzt sollten normalerweise die 5 Spiele auftauchen. Ich seh gar keinen. Jetzt kommen sie. Doch, jetzt kommen sie. Ja, geht weiter. Jetzt kommt gleich das zweite Team rechts. Sollte dann kommen. Kommt immer noch nicht. Doch, doch, doch. Das sieht gut aus. Yes. Sehr gut. Was heißen die Prozente hinter den Namen? Weißt du das? Ja, die bekommen einen Bonus. Die haben sich für die 1800 Gummipunkte in Weiß einen Bonus geholt. Und wenn sich einer einen Bonus holt, von 50% bekommt der Rest vom Team 10% zusätzliche Marken. Ah, okay. Okay. Neue Hütte, neues Glück. Zack. Gut. Oder soll ich mir einen anderen holen? Ist C4 eigentlich ganz gut? C4 ist gut. Und wenn, entweder wenn du weißt, woher die kommen, dann klebst du es an die Decke und würden die da drunter herlatschen, macht es Rums. Also kannst du selber zünden. Also muss ich nicht selber zünden. Aber geht es auch von alleine hoch? Ne. Oder wenn du zum Beispiel siehst, wo du kommst, kannst du sie von oben runter schmeißen. Das geht auch. Gibt es ein Haus. Gibt es einen Eingang, kannst du sie sehen. Und du machst es einfach runter und zündest du. Das ist so wirklich übel, C4. Ganz gemein. Oder kannst du irgendwo hinlegen und mit der Kamera gucken. Guckst einfach mit der Kamera, ob einer lang gelatscht kommt. In der anderen Land kommt Zündung. Boom. Ja, stimmt. So. Wir sehen. Sie sehen nichts. Wir haben Loading komplett, Loading komplett, Loading komplett. Das sieht schlecht aus. Ach komm. Man, dieses verkackte Matchmaking System. Ah, da. Man muss nur ein bisschen schimpfen. Dann klappt es auch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hier. Zack. Nummer eins. Hinsetzen. Nummer zwei. Schnell, 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 schnell. Weg, 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 weg. Ah, ich vergesse immer. Yes. Alles klar. Wir sind safe. Hier sieht keiner mehr. Na? Jungechen. Da kommst du zu spät. Was? Pfiff. Zack. Weg. Zack. Weg. Alles weggefetzt. Sehr schön. So. Zumachen. Das Ding. Die haben hier schon gut zugemacht. Warum reißt denn der bei mir nur ab? Äh, da kann ich im Moment jetzt, ich muss hier grad gucken. Ich muss hier grad gucken. Ich guck schnell wo sie kommen. Der reicht bei mir ab, wenn ich äh.. Da sind sie. Ich seh sie, guck 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 guck. Sie sind überall angezeigt wo sie kommen. Ah, bei uns hier oben drüber. Ahhh. Ok. What the? Pass auf auf die, äh.. links durchs Fenster, links, links, links durchs Fenster. Durch die Lüftungsschächte. Können sie einfach so durch schießen. noch einer genau da an der selben stelle rechte seite kommt er um die ecke wenn er kommt ich habe schon mal ja auch wenigstens ich versuche anders lang zu kommen ob hier rechts so ich werf nitro hin dem nachbaraum sind so dass der ach so schön wir sehen die ja mensch vergessen wir dass wir die sehen unten ja eine kriegt eine zeigt ja an deswegen sehen wir die er war hat einer von uns von links auf jeden fall ich glaube in der ecke und wir haben die zweite bombe wenn die eine hier durchkommt zündig verdammt geradeaus hinten durch die treppe hoch wie viel sind es noch sind noch zwei glaube ich zack hatte ich halt um bist du das wo bist du bist du oben links steht der name ich gar nichts da bist du von links kommt der von links wenn links die treppe hoch da ist er ja das ist auch der zweite irgendwo ist damit hinter dir aufpassen jetzt wird es noch mal eng die laufen ziemlich nervös durch die gegend das ist auch meine mann sehr gut knapp ich aber schon mal gewonnen erste runde so dann nehme ich schon onkel blitz nützt ja nix du hast den termite wieder sehr schön da können wir schön gemeine sachen machen das stimmt aber wenn ich mir so vorstelle wenn man die ganzen maps dann drauf hat natürlich aber du kannst ja fast überall reinkommen der durch fenster durch türen durch wände ist ja total derb durch die decke jetzt das problem hat jetzt das problem mit dem terroristen sozusagen dass sich die wände nicht verstärken konnte sondern alles immer eingerissen habe wenn ich auf f gedrückt so nee da hast du nicht hast recht vor türen gestanden nicht verwenden wurde schon von holz verbarrikadiert ist alles dann reißt es weg so eine garage ist nix muss oben sein shit meine sonde haben sie abgeschossen die fahren gerade noch oben das muss oben sein da wird geballert ja ja oben oben sind noch keine bombe gefunden verdammt nee die sind hier oben rumlaufen ich sehe die bombe nicht oben ist die bombe nicht gibst du nicht das ist scheiße aber warum rennen die dann alle da oben rennst falsch renns falsch konnte nur mal die umgebung mal Da ist die Bombe, ich sehe sie. Direkt Tür auf rechts. Ab ein. Ganz ruhig. Genau, ganz ruhig. Warte mal her. Hey, hier ist keiner. Was, ich wollte hier... Ist hier so eine scheiß Kamera im Haus. Ja, ja. Dann müsste gucken, die leuchten rot. Ich hab die... Wo sind die unten oder was? Nein, in der Mitte. Wir müssen nur noch an die Bombe ran. Ist doch alles gut. Sehr schön, der entschärft schon. Wieso Hacker... Wieso macht der Hacker das Ding nicht an? Also macht er doch jetzt. Sehr gut. So, ich bleib schön in der Ecke. Ich steck nur ab. Weißt du, wo der ist? Die kommen... Ja, hinter dir. Die werden kommen zu den Treppenhausen. Ja. Ja gut. Nur noch einer. Ja. Weißt du, wo er ist? Ich geh immer nach oben. Ich steh oben in der Ecke. Boah, ich bin gespottet und die sehen mich nicht. Wie geht das da? Die spotten dich mit der Kamera. Naja, aber... Der wusste grad nicht, von wo ich komme. Ab ihn. Läuft. Sehr schön. Sehr schön. Und nein, Mama, ich laufe kein Amok. Bitte? Und nein, Mama, ich laufe kein Amok, wenn du das siehst. Ja genau, Amokläufer. Ich nehm auf jeden Fall den Mute, damit wir die Hütte absichern. Ja, das sieht ja schon viel besser aus, würde ich sagen, wie eben die Runde. Noch haben wir nicht gewonnen, ne? Ja, gleich müssen wir auf jeden Fall mal wieder neue Kerle aussuchen. Ich glaube, wir haben neue Medaillen verdient. Hier noch ein paar Leute freischalten. Ja, also, ich kann nur wirklich sagen, wenn das mit dem Matchmake funktioniert, macht das Game mega Laune. Verstunde, ja. Oh, du spielst wirklich noch... Alles klar. Schnell, 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 schnell. Mit fünf Mann. Wenn hier auch noch einer ist. Schnell, 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 schnell hinsetzen. Alles klar. Hat sich erledigt. Die Drohnen haben sich erledigt. Ich kenn die Wände noch gar nicht, wo man... Zack. Wenn man was hochziehen kann. Wenn man was hochziehen kann. Ganz normale Wände. Da kann's was hochziehen. Ich würd sagen, die kommen... Hm, ich weiß noch nicht wo. Da sind die anderen Dinger. Umschalten, Kamera. Da hinten kommen sie. Bei dir, ja? Nee, guck doch, siehst du die Punkte? Ah, okay. Jaja. Okay, und wie kann ich so ein C4 dann zünden? Ich muss weg, ich muss weg. Ich stehe in der Ecke. Äh, äh... Wenn du über die selbe Taste drückst. Das ist ganz übel. Die sind schon hier nebenan. Keiner machbar. Bäm! Hahaha. Verdammt. Ah, ich hab gedacht, wer einer von uns... Pass auf, die sind schon bei B quasi. Ah, ja. Ich guck mich um im Haus, wo sie sind. Wie hat er den? Boah! Lebst du noch? Sehr gut. Oh, ich hab'n Dinger gegeben. Sehr gut. Der hat grad ne Granate geschnissen. Ich bin im Flur, ich guck im Flur rum. Einen mit nem C4 und einen mit nem... Boah, was denn hier los? Bomb-Diffuser... Bomb-Diffuser... Ich hab'n doch gesagt, die sind bei B. Und jetzt? Reiner! Mach'n ihn platt! Auf den Diffuser hauen. Aber wo ist der? Da, der haut schon drauf rum. Der ist oben bei der Bombe, bei dem B. Ja! Sehr schön. Das war's! Das war ne coole Runde, ey. C4 lohnt sich wirklich. Naja, Tiffiger ist gut. Der fetzt sofort weg, ne? Der kommt durchs Fenster und einfach bumm! Naja, für mich war nicht so erfolgreich diesmal. Egal! Hauptsache, wir haben gewonnen. Och, trotzdem. Das gibt's doch gar nicht. Ne? Naja, egal. Hätt' ich nie was gedacht. Ja, war ne sehr spaßige Runde. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Ne? Ja, und dann sehen wir uns bald wieder. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal! Habe die Erde! Tschüss! Ciao!